Und damit Willkommen zurück Assassin's Creed Odyssey Heute mal ne Farbe ist es ja nicht Aber dafür ist es ziemlich hell Obwohl es so stockfinster ist Weil das ist eine spezielle Kamera Wenn man auch so macht dann blendet Die Kamera wird dann irgendwie heller Was weiß ich Steuerung Guck mal da hinten die Box sind Wir fahren einfach mal hin Folgen Schätz Haltet euch bereit Auf geht's Der Turm Das sind auf jeden Fall Piraten Das sindter Geruch Abs Amen Halt Butter Und Die Stov98 Das ist nur Ja, wir müssen ganz dahinter Ja, 2,6 Kilometer Ja, nur mit Hier waren wir ja glaube ich schon Ja, da haben wir den Typ Gold Ich weiß bis noch nicht, was die Flaggen heißen Also blau und die roten Die schwarzen sind auf jeden Fall Piraten So viel ist sicher Und sie singen wieder Der Krieg hat das Gesicht Der griechischen Welt verändern Sind es nicht Parzaner oder Athener Dass Banditen oder Piraten Mögen die Götter uns schützen Da sind Freie gezeichnet Ja, hast du die Bestie gesehen? Schönen wir uns das doch noch Von vergesse eine insel okay nun schatz blunder 0 von 3 im 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 Nummer 1. Sieht aus, wenn das noch glühen würde. Das ist nicht von dieser Welt. Hallo? Was bei Hades war das? Sieht nicht so aus, als könnte ich durch diese Tür gehen. Vielleicht ein andermal. Okay. Einer ist da hinten, Schatz. Wo ist der andere? Das bringt ja eigentlich gar nichts hier lang zu schwimmen. Geht sich überhaupt draus? Ich dachte, da hat es geblinkt. Ich dachte, da hat es geblinkt. Ich vernünchte die Schiffe. Der hat immer durch... Achso. Das ist ja das da. Warte mal. So, und nebenbei man noch TeamSpeak beantwortet. Wie kommen wir jetzt... Da ist es, Schatz. Geil. Also ich müsste aber noch sagen, gerade im Gegensatz zur Konsole ist noch mal ein bisschen mehr aufgebohrt. Vor allem, gut, das sieht man jetzt nicht so hier. Im Nahbereich, sag ich mal. Da ist es ganz okay, aber gerade so die Ferne, das sieht man doch im Unterschied. Na gut, so eine 300 Euro Konsole oder was das kostet. 400 Euro mittlerweile. Düh. Wo komme ich denn da hin? Okay, wir müssen anscheinend da hin, oder? Es ist nur ein Eingang. Wo ist der Ausgang? Okay. Dann ist er doch hier lang. Dann ist er doch hier lang. Und ich hopp. Jo. Boah, die ist ja geblendet. Okay, muss das da oben sein, ne? Müsst du so mal gucken, ja, ne? Weil er schreit. Ähm. Na, nö. Na, nö. Super, sind wir wieder hier? Jo. Wir kommen auch nicht mehr raus, ne? Oh doch. Ich probiere hier rennen. Oh, okay. Ort abgeschlossen, sehr schön. Jetzt kommen wir mal hier runter. Oh, das ist ein... Questi Westi Symboli. Was denn? Du hast doch hier ein schönes Schiff. Oh, die Götter schicken dich. Was ist passiert? Wo ist der Rest der Mannschaft? Piraten. Sie haben die meisten getötet und meinen Bruder entführt. Bitte, räte ihn. Zeig mir die Drachmen. Nein, ich helfe dir natürlich. Ich werde bei der Suche helfen, Seemann. Ich bin kein Seemann, ich bin Zimmermann. So wie mein Bruder. Unser Vater lehrte es uns. Das ist sehr interessant. Wir brauchen einen Zimmermann. Ich habe als Zimmermann auf Schiffen Rumpflöcher so groß wie Poseidons Faust repariert. Ich bitte dich, rette meinen Bruder. Dann komme ich mit auf dein Schiff. Wo sind die Piraten? Wo finden wir diese Piraten? Es gibt eine Insel westlich von Bootsien und südlich des Helikon. Offenbar kommen sie von dort. Weißt du sonst noch etwas? Nein, alles ging so schnell. Wegen des Krieges gibt es im Moment mehr Piraten als Flöhe auf einem Schwein. Aber ihr Lager kann nicht weit sein. Wir finden die Piraten und retten deinen Bruder. Ja, die werden wir schon finden. Aber noch nicht jetzt. Weil jetzt machen wir erstmal schnell Hauptquest. Oh, was heißt schnell? Mal eben. Da oben ist da noch irgendwas. Äh, beziehungsweise da unten. Äh, beziehungsweise da unten. Ah, das ist die Tür, wo man nicht reinkommt, da. Bühle auf der vergessenen Insel. Aber wir können hier schnell Reisen machen. Cool. Okay. Schiffchen. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? So, wieder ein Sträuchchen für Muttern. Hä? 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 Okay. Ja. Ja. Schön in die Mitte rein. Wir sind hart am Wind! Bereit zum Gefecht! Wir sind bereit zum Feuer! Ich brauche Schütz! Die Wehrfeuerkaufposition! Verschwendet keine Scheide! Wir versuchen uns zu rammeln! Wir sind bereit zum Feuer! 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 Ah, ich bin jetzt! Hmm, not thinking, huh? Buh! Ja! 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 Nein! schon ganz schön hartnäckig da noch mal laden an der stelle wir haben noch drei schiffe wir hätten mehr sperre machen müssen ok das sind auch schon wieder piraten können wir da eigentlich einfach so rüber paddeln und die so ausknipsen wollen wir mal probieren bei gelegenheit nochmal piraten dort war bereits ein abgeschlossener um um er ist zimmer und Wir haben seinen Bruder. Wenn wir den retten, dann jagen sie einfach hier nach! Jetzt haken lassen wir das hier. Bruder, ins Wasser! Ins waffene Gewässer! Wir zeigen Ihnen, wo Sie weg sind! Tyler, bleib nicht hier rum! Achtung! Die Wichter, Tyler! Fährt die Späne! Achtung, du Doppelst! Wir sind Feuer vorbei! Achtung! Achtung! Wir haben den Wichter. Wir sind in dieser Versorgung! Kommen Sie rein! Sie kommen direkt auf uns zu! Verstehen Sie! Der Stürmerdachstück freut Sie! Sooo... Ok, diesmal war das aber ein kleineres jetzt. Oh, guck mal hier! Alter! Oh, das lief ja nicht mal gut. Halt mir! Hast du wie gedacht? Nein. Perfekt. Wazifazi! Hier! 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 Klar! Au! Der Typ kann auch nicht normal laufen, ey! Wir sind los! Sobald ich gehört habe, schwebt sich in Mega-Listieren mit der Zocktämpfe. Die Spartaner bereiten einen vernichtenden Schlag vor, die Athena zu vertreiben. Vorwärts! Kapitän! Die Ruderer müssen sich ausruhen! Hier ist nämlich irgendwas! Hier gehen wir mal kieken! Aufpassen! Jetzt müsste er natürlich hierher kommen. Genau. Wir müssen jetzt keinen mehr töten, wir können die jetzt alle mitnehmen. Oh, shit. Weil du nicht wieder... Das gibt's doch nicht. Warum sind die so schwer? Haben wir irgendwas verpasst? Vielleicht neue Waffen oder so? Ah, wir hätten speichern sollen. Wir hätten die Speichern sollen. Okay. Das Muster ist ein anderer. Das sollte ich mir mal anziehen. Geh zum Hafen. Ein Mann namens Barnabas heuert Seeleute für mein Schiff. Ich seh mal nach, was da los ist. Hm, ich seh mal nach. Komm. Was? Oh! Los! Er ist wieder aufgetaucht! Soh, boич. Soh, boig. Soh. Soh! Soh. 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 Soho. Ah, shit. Mhm, da kommen ruhig her. Hey! Heute kannst du deine Freiheit erhalten. Komm und segle ab jetzt mit uns. Den Knabe lassen. Such einfach weiter. Keine Sorge, unten kam niemand so leicht. Schon jemanden entdeckt? Einfach verschwunden. Niemand röst sich in Luft auf. Such weiter. Verstanden.